Ich bin jetzt eigentlich ziemlich froh, dass wir hier. Guck mal, die fliegen sind alle. Die jagen dich und suchen dich. Du kannst ja ganz schnell mal so eine Flak umprogrammieren, dass die abgeschossen werden. Stimmt eigentlich. Kaffst du die alle weg da, die scheiß Hubschrauber? Hier eine. Könnte eine gute Fregatte, warte, Kanonenboot halt, ja. Kanonenboot. Oder ein Segelschiff. Ein Kanu. Hauptsache Kanonen drauf. Oh, der Onkel wird schon wieder zersprengt hier. Wieso? Hier im Spiel, oder was? Ich hab auch gezappelt, hast jetzt so einen Druck bekommen, oder was? Bei dem Onkel ist er so ein Wasserhahn, wißt du? Soll ich weitermachen in dieser Zeit? Ich weiß noch nicht, was ich tue, aber ich werde es schon nicht geschafft. Ich will gerade diese Scheiß. Einfach laufen lassen, Onkel. Wird ein bisschen warm und nass, aber dann hört er wieder mal auf. Das braucht nichts an. Oh yes, so ein Ding hab ich in der Garage ausstehen. Alter, hier. So kommts. Ich muss pissen. Der Onkel, der ist halt wie eine Frauenblase. Der muss dann sofort wegrennen. Okay. Ich hab das Spiel noch nicht gespielt. Ich hab keine Ahnung, was ich hier... Oh Gott, der explodiert ja alles. Okay, was kann ich denn jetzt? Jetzt saub ich gleich ab hier. Hallo? Wo mach ich denn mein Netz? Ja, da macht er es nicht. Okay, hier. Ah ja, hier ist das Netz. Ja, da muss er auch dahin. Wie sporte ich mich denn dahin? Na, der hat das Tutorial ja gerade. Hallo? Okay, ich werde hier gerade überschossen. So, ich hab das Netz schon mal hingeworfen. So. Einmal hin. Ah, einmal, okay. Dann kletter ich. Das ist schon mal gut. Und jetzt hier hoch. Oh, scheiße. Das war falsch. Okay, dann holen wir uns den Hubschrauber mal, oder? Was sagt ihr? Mein Hubschrauber? Komm her. Ja, geil. Matrix. Geil, ich kletter mal einfach unter dem Hubschrauber. Okay, ich kletter hier unter dem Hubschrauber. Oh, Mann. Wie tauche ich jetzt auf? Ich hoffe, der Onkel kommt gleich wieder. Ja, es läuft gut, Onkel. Ich muss sagen. Also, ich bin hier echt gut dabei. Wie lange kann der unter Wasser Luft anhalten? Natürlich. Ah, okay. Ja. Also, ich habe es geschafft. Es war ein sehr guter Spiel, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden. Ja, weil ich gerade keine Ahnung habe, ob ich das passen würde. Also. Ey, rutsch mal bis nach links, bitte. Wie war's? Schön? Schade. Hat's Spaß gemacht? LR-Lösung. Ja, ich habe unterwegs noch mal 27 Hubschrauber abgeschossen. Und hab noch eine Waffenkammer geprüft. Ich sehe, das hast du gemacht. Ja, und ich war im Wasser. Kurz. Ja. Alter. Das war's. Das war's. Das war's. Also, welche Schwierigkeiten gerade hat diese Insel hier? Ultimatum oder was? Ach so, du hast diese Energie, ne? Das heißt, du brauchst keine Medikets und so. Du musst dann einfach nur kurz weg, bis du wieder im Hellen bist, ne? Das war's. Ich glaube, du... Oh, da schießt dagegen. Das ist ein Fass ohne Boden. Ich glaube, du... Oh, da schießt dagegen. Das ist ein Fass ohne Boden. Ach so, wie der fliegt. Das ist wieder abgeschossen. Ach. Ach. Alter Schwede. Ich bin da drangesprungen vorhin, ne? Du kannst da ran. Dich ranzaufen da. Was ist das? Ein Kanonenboot. Zwei. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wieder erschaffen. Ein Kanonentügelboot ist sicher. Oh, jetzt wollte die Waffe kommen. Ja, du spielst immer noch besser als ich. Hehehe. Geil. Da hast du Versicht, um zu töten. Häng ich da genau. Kannst du dann da auch rein? Ja. Sauber. Wie der Terminator, ne? Da gibt's auch so einen Hubschrauber dran springen. Hier geht der T1000. Ja. Und dann schweren die Raketen auf die Bote. Das sind die Mutierten. Oh, oh. 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 Da haben sie einen Rotor zerstört. Dann verlierst du die erstmal. Und dann eine Granate landet auch mal hinter dir. Feindkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. So. Der Frank redet wieder, Leute. Feindkontakt. Meins, 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 meins. Hecken. Heck and Slick. Guck mal, ist das hier? Mhm. Woher hin? Hallo? Ich weiß nicht. Das ist doch gerade hier runtergekommen. Das ist doch gerade jemand runtergekommen, oder? Hast du auch gesehen? Mhm. Der Tod. Hat sich selbst ermordet. Ja. 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 Hinten tot. Oh, da liegt ein Sniper. Da lag ein Sniper. Kannst du das Parkhaus zum Einschürzen bringen? Der Onkel macht alles kaputt. Merkt ihr das? Die Geräusche von der Knarre ist echt geil. Bang, 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 bang. Machen wir nochmal Gewinnspiel, sind wieder neue dazu gekommen. Ja, liebe Freunde, ihr könnt heute was gewinnen, und zwar Mad Max 5C. Ihr müsst einfach nur sagen, es gibt da also zwei Mad Max Filme, einmal den alten und den neuen, und wer da jeweils die Hauptrolle hatte. Und diese Antwort bitte an die E-Mail schicken. Und zwar, postet er die gerade rein, oder auch nicht. Doch, an diese E-Mail die Antwort schicken. Und dann kommt ihr in die Lostbox und dann könnt ihr das Spiel in GameCave 1st Theme gewinnen. Und dann nimmt er den Onkel erst einmal den Mundspruch drauf und dann macht er auf, und der Gewinner kriegt das Spiel. Bitte? Ich hab keiner verstanden. Das war Französisch. Der hat ja auch gerade so viel Bier gedrucken. Das war ein Kanonenboot. Ich hab das Mikro kaputt. Ich wollte jetzt mal gucken, ob's noch aktiviert ist. Ja. Da oben steht aktiviert. Ich weiß. Ich hab das gesagt und gelesen. Wow, da kam ein Teil entgegengeflogen. Schrapnell. Oh, 11. Jetzt, weißt du, jetzt kommen noch zwei dazu und jetzt haben wir grad das Gewinnspiel verkündet. Aber ihr könnt ja fragen, wer das noch nicht gehört hat. Ja, langsam räumst du aber auf hier mit der Bude, hm? Oh. Achso, das ist zu tief. Wow. Der trafen. Der trafen. Der trafen. Das ist keine Muni Muni. Ja, werf mal mit Kanaden. Was kannst du denn aktivieren? Verstöre den Zellenbohrgenerator. Hast du einen anderen Waffen? Ja, da ist ein dickes entgegengeflicht. Ja, liebe Freunde, ihr könnt auch schreiben, ne? Ein bisschen mit uns quatschen, meine Fragen, wenn ihr was hören wollt. Aber ihr seid glaub ich, alle gerade so vertieft in das Game, ne? Das ist ja echt alles Game, ne? Von den Spezialeffekten liegen, was kaputt geht. Das ist schon, äh... Ganz nett. Yeah, voll ausgenommen. So, warum ist nicht der? Perfekt gewählt, ne? Boah. Ein Zeichen von Schwäche. Ja, nimm doch mal das MG und baller die alle Wände zu. Wir haben die zu töten. In den MG kommen mehr Vertronen raus. Ach so, was du sagst, dann schreibst du mir auf der E-Seite. Ja. Am besten den Twitch-Name oder Youtube-Kanal-Name. Sodass man euch wiederfindet und identifizieren kann. Und dann gibt's Mad Max. Jungs! Dadidididim. Dadididim. Dadididididim. Kannst du den nachhundert kicken? Ne, ist schon fliegen gegangen. Oder hat sich aufgelöst? Wo ist denn? Da wollen wir noch mehr aktivieren. Activieren! Vielleicht oben am Dach? Wie ist das gerade? Da war das. Aktivieren! Soll das also ein Pinast sein, aber... Aktivieren! Aktivieren! Heka-boom! Boom-boom! Gut, wir werden hier aus. Undieren! Ja, ich schiebe hier hin! So, jetzt kommt noch weiter. Jetzt fehlt noch. Jetzt kriege noch die Antenne. Stromkasten. Ah, da kommt noch die Rüder für die andere Rüder. Uschi! Uschi? Was? Uschi? Ne, Uschi. Ey, da war einer mit einem grünen Visier. Grün. Erstmal die Flak umprogrammieren. So, jetzt fehlt uns noch. Die Scheiße, die Fische. Jetzt spielen wir nicht da rein. Boah, das war denn der Adalerie. Der Adalerie. Alter! Boah, da kam mal die Panzerpasser angeflattert und so. Ah, ich hab die noch vollkommen sehen. Lütjon, Alter! Stürp! Kooolütsjon! Gelbisch. Oh, oh, ich kann ich. also die gehen gar nicht ab hier, ne, die Leute? Superman, ne, das stimmt, super gerne. Weil Superman wird das alles wie die Fäuste machen, oder mit seinem Laserblick. Nimm mal hier den Gebrill. Ich will einmal, dass er da mitschießt. Boah, guck der, mhm, du sollst auf Gegner schießen damit. Er verpflanzt erst mal den Boden. Guck mal, wie die wegfetzen. Boah, die werden ausratiert. Dann ist die Waffe, die auch am Mundschrauber dran ist. Dann kannst du Betonklötze wegsprengen. Was schön ist das, ne? Wenn es halt ein Lotto gewinnen. Ein Lotto gewinnen. Das ist natürlich noch Strom. Strom, da ist was Rotes. Baller drauf. Zerstöre jetzt. Da steht was. Ich bin im, was, im Beet? Achso, im Bett. Gute Nacht. Ja, Schlafgut. Schön, dass du dabei warst. Erhol dich gut, Schlafgut. Und dann am Montag ist Imperium, ne? Geht's wieder weiter. New Planet. Ohne Bug. Diesmal dürfen wir wieder die Con-Docs essen. Wird auf jeden Fall wieder eine geile Session. Aber mit dir flieg ich nicht mehr im Weltall, weil du steigst einfach aus. Ich glaub der ist schon weg, ne? Es gibt keine Ahnung. Ah, ich seh so. Achtung, guck mal. Super. In данipend. Bei die noch. Bei die noch. Naja, wir haben auch noch den Professor. Ach, jo, ich hab's schon. Und was machst du da jetzt? Na ja, hat nicht ganz geklappt. So, haben wir übernommen das Ding. Das war jetzt mal. Die Gala, oder? Die U-Office ist jetzt freigeschaltet und wird in der Rivalen-Abrufliste angezeigt. CS Negativata. Alles kaputt, Mann. Hier haben wir zerstört. Geil hast du das gemacht. War wohl eine schwere Mission. Fünf und fünf Ansiedlung. Was heißt das jetzt? Boah, bist du schon fast durch bei den Spielen, ne? Naja, es ist immer noch vier. Vier Provinzen noch. Ich muss dir was zeigen, ne? Hier. Hier. Zu die Insel, zu die Insel. 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 Ja, da haben wir und nach noch ein bisschen was vor, würde ich sagen. Ja, so kann man das wohl behaupten. Dann würde ich sagen, mal die Bahn so fast, mal ready. Und da geht's ab. So, das scheiße ist das. Da ist ne Beschrauber. Okay, bis zu. Scheiße, da hat wir da von Inseln immer. Da hätt's auf ein High reiten können. Oh, dann mach's Musik, dann mach's Musik. Die Regierung hat kürzlich Beweise für die Unschuld aller Gefangenen von Le Galera entdeckt. Also haben wir die Häftlinge freigelassen und das ganze Gebäude abgerissen. Äh, falls ihr glaubt, es gebe in letzter Zeit mehr derartige Ankündigungen, dann irrt ihr euch und solltet es für euch behalten. Viva Medici. Das ist der einzige legale Radgefänder, den man anfangen kann. Und der erzählt immer irgendwie die Geschichten, die leiden. Das ist einfach auch ein Rebell. Und der erzählt immer, äh, die leiden irgendwas. Ja. Rieseninsekten, letzte Basis Rieseninsektenfall, die ganze Basis musst du leider abbrennen. Ja. Killerinsekten. Das waren die Kakerlagen. Vorsicht. Biss ich. Oh, jetzt muss man auf der Lette, bis gleich wieder da. Du hältst nicht. So. 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 Ja fühlelelelele. drinking become anahmen clips kaputt machen, oder? Da habe ich das schon zerstör. da hinten soll aber was laufen jetzt. Baumgartner rein gegucken. Na wir schon auf die Hände gucken. him queue. Da ist einfach nur ein Felsen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, gucken, gucken. Scheiße, das ist immer die ganze Sache wieder zurückfliegen. Oh, da ist die Pumpe da. Schalalalalala. Oh, einer doch böse Richte. Oh ja. Da haben wir doch nicht umsonst zurückgeflirken. Oh ja. Da haben wir die geheimen Sachen dann wandeln können. Sollte Richte. Sollte Richte. Wiebichte. Ne? Er ist ein Felschiff. Wir haben den Felschiff. ich sorge dafür dass dein Tod nicht umsonst war besteht ein Haus das ist ja cool aber da muss ja aber wie kommt der denn rüber? da muss ja ein Kugeltaner kommen sollten sie mich mal haben aber da muss ja hier rüber kommen das hat ja ein Schiff oder 15 oder so was können wir lesen liebe Freunde schreibt mal was erzählt uns was ein Schraubhuber, ein schnellerer redet mit uns fragen Anregungen oh jetzt steht eine Ruhe ja auch geil da haben sie ja was gefunden da haben sie ja was gefunden da haben sie ja eine Ruhe wir müssen ja jetzt noch 3000 Provinzen befreien das ist leider ein Singleplayer-Game das nehme ich 4 von 18 Teilen drin also ist das so Geheimverstecke was kriegst du da? das ist Spezialwaffe da sind zwei Boote schieß mal bitte drauf ist ja eigentlich alles ein Feind nein gibt es auch Zivile einmal geschossen die haben die Wasserspritz abbekommen da waren die nicht erfreut drüber dann haben sie ja die Boote was ist denn? alle alle ich lehne mich jetzt mal zurück ihr hört mich ja trotzdem mal ah da steht was an alle Einheiten findet den Rebell ist ja auch schon spät hast recht so ein das Gucken Verstärkung ist unterwegs ich würde mir gerne noch was probieren und zwar nicht hoch bis ins Universum bis ins Universum alle Einheiten in Alarmreinschaft und Sichtkontakt wiederherstellen der Rebell ist entkommen wie war die Revolution also die alle Einheiten zurück auf ihre Posten der Rebell ist entkommen wie war das fing zu auch hier 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 Geil. 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 Eine Höhle. Eine Höhle des Löwen. Oh man. Oh man. Wenn du mit dem Ding einfach die Wand berühren würdest, dann würde ich mich nicht mehr das ist der Hübschschrauber. Der wird in 0,0 Sekunden am Boden. Oh, ist das ein Geil? Ein Schmuck, denn im Training steht da. Da steht was? Im Blau. Was spielst du auf? Playstation 4. Stimmt aber auf dem Titel. Ja. Playstation 4. PS4. PS4. Was heißt PS4? PS4. Was heißt PS4? PS4. What is Chaos Letterboard up to? Sorry, we are German. German, we are from Germany. What is Chaos Letterboard up to? Leaderboard? Panschi und Poisson? Panschi und Poisson. Hört sich an wie Leider mit? Nee, keine Ahnung. Was bedeutet das? Okay. Schöner Parkbad. Cool ey. Hier oben haben wir einen frischen. Oh wie hoch wir fliegen können. In den Weltraum fliegen wir. Oh yeah. Wir sind von der Navy. Wir sind von der Navy. Okay bleib einfach so und jetzt gehen wir oben. Oh da steht das. The Wankings. Ähm. Hast du schon das gesagt? Ähm. Who can look the wanking? Ne nicht. Doch wer. Sag doch mal was. Sprech doch mal englisch hier mit den Jungen. Ja. Sam. Oh. Oh. Wer ne ist wo ne. Who is wer. Und wo ne ist wer. Wer ist wer. Wer ist wer. Wer ist eins. Ähm. Gronkh. Ja. Es spricht. In der Radio. Radio Gacka. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Dumbheit. Dumbheit und delirium. Das war's ja. Ja sag doch doch mal ins Mikro. Wie viel ist dieses Spiel in britischen Pounds, also wie teuer oder was? Keine Ahnung 50 Dollar Keine Chanson 79 ist Platz 1 der Chaos-Kurs Das hat mich jetzt total viel schlauer gemacht Cheers Cheers Ich bin Platz 12 Chaos-Score Es ist ein Delay drin Es ist ein Delay, es kommt Es kommt Es kommt Weil ein Delay Es ist Zeit Es kommt Danke Keine Probleme Sieht alles gut Ja man, ich hau jetzt mit Engländer raus, ich muss mehr Bier trinken Was, wat, are you doing? Nee, was? Was steht da? Ich trink Cola und Bier Bier Schildern Bier Aua Er trinkt hart Bier 6% Nein, 6%, ja Keine Ahnung was Prozent auf Englisch heißt, das sag ich nicht so, auch du? Da was steht, mein Score ist, ach guck mal, der hat ein paar Millionen. Oh, you are number zero. Oh? Oh heißt oder. Oh, der grinst da, oder? Der lacht da. Er lacht die Sau. Was haben wir denn? Franzosen, Briten? Oh, Herzen, Walter. Yes, you are the best. Please, X, Jürgen. No. Er, uh, need to go on play, also play, go on, because when he drink, it's game over. Because when he drink, it's game over. It's to, it's killing. Beer is too strong for him. Komm, spiel weiter, dann guck ich dir das an. Was so, bist du jetzt schon in den Weltraum, oder was? Nein, nein. Ich bin aber nicht schon weg. Ich bin aber nicht schon weg. Ich bin aber nicht schon weg. Ich bin das geil. Das ist geil, mein Mann. Ich bin Nummer 1. Yes, you are, you are the best. Der meint doch im Spiel. Ja, ist doch die beste. Er ist der best in the game. Ich bin nicht in, 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 in peace. Ich bin der beste, wenn ich schliebe. Keine Ahnung, Megan. Ja, das glaube ich schon. Weißt du, was war's? Hero. Hier. Achso. Ja, hier heißt das. Dort. Bier. Hier ist Bier. Bier hast du gesagt. Trink. Six, Leute. You can't win the game. Ich will nicht ständig. Das ist richtig. Einig ständig. Ich ständig ständig. Aber, ich hab nicht früher, ich glaub ich hätte mehr verstanden als ich selber gemacht. Ok. Mach das Spiel. Na, Hauptsache der Alpha, mein Besser. Der hat Spaß, ja. Oder Alpha. So heißt der. Alpha. Alpha Zendauri. Nein, das ist einer der zuschaut. Alpha. Ok. Der lacht sich kaputt. Gewinnspiel Alpha, mach mit. Einfach die Antwort, die Lösung an die E-Mail und dann kannst du dort gewinnen. Schade, wo es geschüttelt wird. Ja. Schießen wir runter, prob' ob die Kugel ankommt. Da hätten wir eine richtige Burg auf dem Ding. Richtig geil. Oh, da steht was in grün. Ja. Kannst du... ...drink some beer? Was geht da? Ich kann das nicht lesen. Antwort ihm bitte. In the sky, in the sky. We are flying in the sky? Geil! Weißt du, das ist jetzt geil? Jetzt kann ich nur den Kopf brechen. Ja. Boah, ist das geil. Wie weit du fliegen kannst du...